Mein Name ist Angela Hilf. Herzlich willkommen hier zum großen Eifel-Schlammschlag am Ende. Vielleicht wird ein bisschen Regen, vor allem aber ganz, ganz viel in den Lohn. Liebe Besucher, aufgrund einer aufstehenden Gewitterfreund besteht die Gefahr von Blitzeinschlägen auf den gesamten Veranstaltungsgeländen. Für eure eigenen Sicherheit handelt es sich ausreichend Anstand zu Metallschäumen, Metallgittern, Aufbausen und Zirmen. Die Musik wird fortgesetzt, sobald das Gewitter veruntergezogen ist. Und uns in den nächsten 70, 80, 90 Minuten nicht betrifft, in dem Moment schicken wir die Band raus. Es ist alles vorbereitet, die Crew ist an Standby. Wir müssen uns alle gedulden. Ich sitze genauso auf heißen Boden wie ihr auch. Also bitte habt Geduld. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön!